hallo und willkommen ich bin christian und grüße aus dem wunderschönen hall an der saale und möchte eure aufmerksamkeit mal kurz auf diese beiden videos hier lenken die momentan bei youtube extrem steil gehen und das da wurde ich auch schon häufig auch meinen seminaren gefragt ob ich mich jetzt mit midichlorianer werten mit animal crossing mit sonst was für urheber gerichtet urheberrechtlich geschützte materialien auseinandersetze ist das denn eigentlich erlaubt das zu machen da kann ich zwei antworten geben ja ist es wenn und nein mit ausrufezeichen ist es wenn zwei ganz hintergründe das wäre einmal das bild was ihr jetzt hier rechts seht von animal crossing das ist original von nintendo gemacht also das video wurde von nintendo hochgeladen die sind der urheber beziehungsweise der eigentümer derjenige der hat die ganzen rechte hat an dieser animal crossing reihe die dürfen das also wenn euch das material gehört dann dürfte damit alles machen was ihr möchtet der gute hier oben ist definitiv weder schluckers noch disney also er hat sich weder ausgedacht noch gehört es ihm rein rechtlich aktuell durch zukauf also diese ganzen figuren also anakin skywalker ray meister joda diese fotos darf die person darf der youtuber anstelle des video geladen hat nicht verwenden es sei denn es liegt eine offizielle genehmigung von disney beziehungsweise lucasfilm vor soweit ich das jetzt herausfinden konnte falls da was anders ist dann bitte mir kurzes feedback geben lieber urheber aber ich glaube nicht dass du da die genehmigung hast was in der regel nicht das gewaltigste problem darstellt da sage ich jetzt auch gar nichts dagegen da beschwere ich mich jetzt auch überhaupt nicht aber es geht halt konkret darum darf ich dass wir ein bist der rechtliche status für sowas also als urheber wie nintendo für das animal crossing kein problem darf ich alles machen wenn mir das material nicht gehört dann gibt es wiederum zwei situationen entweder ich veröffentliche das ganze nicht fällt hier schon mal raus oder ich veröffentliche es und dann muss mich an oeberichtliche bestimmungen halten also sowas wie lizenzverträge wie verwendungsmöglichkeiten und generell gilt hier verbotsprinzip mit erlaubnisvorbehalt wie der jurist sagen würde also wenn es mir nicht per se erlaubt ist das verwenden zu dürfen muss ich davon ausgehen dass ich es eben nicht darf dass mir verboten ist und soweit ich das weiß versucht zumindest disney an der stelle ja immer sein material sehr gut zu schützen also würde ich jetzt mal sehr stark annehmen dass da wirklich keine genehmigung gab jetzt könnte man natürlich immer noch damit kommen dieses fair use prinzip oder halt eben ist ja ja nur copyright infringement intended das hat mir ja gerne mal so als kleinen disclaim als kleinen wahrhinweis bei solchen wie es so hier ich mache das aus reinem spaß einer freude ich verdiene damit kein geld was ich bei den aufrufzeiten hier oben schon fast bezweifeln würde und dann kann sich auch nur dann rausreden wenn man in den vereinigten staaten sitzt als deutscher kann ich nicht einfach sagen oder generell in der europäischen union sitzen speziell in deutschland sitzen habe ich das problem ich brauche die erlaubnis wenn ich die erlaubnis des urhebers nicht habe begehe ich ein urheberrechtsbruch und das fair use prinzip existiert aber nur in den vereinigten staaten erstens und zweitens dreht sich auch nur um größtenteils nicht kommerzielle interessen oder wird auch zum beispiel im parodie bereich gerne verwendet also wenn es um satire geht sehe ich hier oben jetzt gerade auch nicht unbedingt und das kann ich jetzt natürlich hier einfach so den raum stellen klar aber woher will ich bitte schön jetzt wissen dass das wirklich so ist also dass das streaming auch erlaubt ist dadurch zwei kleinigkeiten für euch einmal heute abends beginnt die veröffentlichung bei uns auf online-geister.com unser kleiner podcast da haben wir eine folge zum thema streaming auch gemacht ganz konkret zum thema live streaming gehen dort zum beispiel auch stärker noch auf let's place ein die habe ich jetzt hier so ein bisschen mit unterschlagen aber kurzfassung ist mehr oder weniger das gleiche ob ich es mir spiel abfilme oder ob ich ein film abfilme für zum beispiel youtube sagt verlinke ich euch alles in den show notes beziehungsweise in der video beschreibung ansonsten online-geister.com das wäre dann die folge 47 an der stelle und ich möchte mit euch jetzt aber mal ganz konkret rein forschen wo steht eigentlich geschrieben dass wir das eine dürfen das andere nicht schauen wir uns mal an das wäre nämlich hier unter gesetze im internet punkt de vom bundesministerium für justiz und für verbraucherschutz beziehungsweise vom bundesamt für justiz das ist eine unterorganisation vom ministerium betrieben gibt es um den kompletten gesetzes guide für alle gesetze die es halt in deutschland gibt und manchen vertreten und an der stelle kann ich dann direkt mal auf das urheberrechtsgesetz verweisen gibt es in deutsch und englischer variante verschiedene detailformate also das haben sie ganz nett gemacht und ich scroll hier mal kurz durch da hätten wir nämlich auf ja ziemlich schlanken 143 paragrafen wenn gleich nicht alle mehr gültig sind das ist auch hier und da schon mal ein bisschen angepasst worden das gesetz hätten wir alles was mit dem thema urheberrecht zu tun hat aber da müssen wir gar nicht gar nicht weit schauen wichtig fürs urheberrecht ist was ist ein werk also das ding um was es geht im rechtssprachen bereich ist das halt das sogenannte werk ist das geschützt oder nicht und da haben wir direkt den paragrafen nummer zwei ich würde auch mal ein bisschen ran suchen an der stelle also die entsprechende reinfolge und paragraf 2 geschützte werke hier die ganzen details und da steht drinne zitat zu den geschützten werken der literatur wissenschaft und kunst gehören insbesondere sprachwerke trifft zum beispiel film ab filme zu schriftwerke romane wie harry potter reden da gibt es bei politiker genügend und computerprogramme hallo let's player werk der musik hallo let's play und hallo film nerds pantomimische sachen werke der bildenden kunst bau kunst angewandte kunst weiter lichtbild werke das sind damit fotos an der stelle gemeint die also lichtbild werke einschließlich der werk die ähnlich wie lichtbild werke geschaffen werden hallo film nerds und ja filmwerk einschließlich der werk die ähnlich wie filmwerke geschaffen werden hallo let's player hallo gamer also ihr merkt schon an mehreren stellen trifft das bereits zu dass die sachen hier abgehandelt werden und zutreffend sind also gerade wenn ich mir erst erst mal nur das reine bildmaterial anschauen also das werden in dem fall fotos von anakin ray und joda bei dieser vorschau allein schon da hätten wir mindestens die lichtbild werke die sind urheberrechtlich geschützt und dann ist natürlich die frage was sind überhaupt werke und das steht direkt in absatz 2 werke im sinne dieses gesetzes sind nur persönliche geistige schöpfungen das könnten wir jetzt noch sehr sehr stark ausklamüsern was darunter alles zählt aber kurz fassung persönliche geistige schöpfungen heißt hat eben jemand muss er sich ausgedacht haben und irgendwie sinnlich fassbar gemacht haben ob sehen hören fühlen was auch immer aber ich muss das irgendwie für mich greifbar gemacht haben und da würden bilder auf jeden fall darunter zählen würden filme darunter zählen da stehen auch video games und alles möglich weitere darunter und da kann ich einfach nur sagen habt ihr die erlaubnis und wenn nicht wie bekommt ihr die beim wie bekommen eigentlich eine ziemlich simple sache nachfragen so simpel so einfach alternativ dürft ihr natürlich auch mit den sogenannten zitaten arbeiten also wenn ihr über ein thema sprecht über ein berg zum beispiel sprecht habt dann dürft ihr daraus zitieren ich habe zum beispiel jetzt im rahmen eines zitatrechts diese beiden fotos einfach mal als youtube beispiel ich habe auch die original videos übrigens verlinkt unten um darauf einfach zu verweisen die verwenden das so und ich möchte darüber jetzt einfach sprechen also eine meta diskussion eine analyse darüber machen dann ist das okay darf man das machen weil ich an der stelle selbst zb auch nicht die originale sondern hat eben gleich wieder diese verwendung zitiere dürftet ihr auch arbeit im rahmen also gerade das obige video also ein bisschen die problematik weil sich am gesamt wieder mit auseinandergesetzt wird kann man zwar argumentieren es ist ein zitat gegebenenfalls sogar ein großzitat aber auf der anderen seite es hat eben urhebericht schütztes material was wendet wird und wo sich halt auch nicht nur dieses eine material verwendet wird sondern halt eben auch vieles vieles weitere und da ist jetzt eben die ganz ganz große frage darf ich das darf es nicht schaut aus und das kann damit schlicht nur ein gericht klären aber deswegen tipp an euch wenn ihr wisst dass die urheber damit kein problem haben könnte es gerne tun ansonsten würde ich immer um erlaubnis bitten da seid ihr am sichersten veranlagt mit allem drum dran denn gerade wenn ich mir beispielsweise fotos anschaue von oder ab filmen abschaue von videospielen im seltensten fall sind let's player rechtlich geschützt das material was ein let's player verwendet ist ein videospiel was diese personen einfach ab filmt für eben das let's play und dieses abgefilmte ist eben auch urheberrechtlich schütztes material die meisten studios und hersteller erlauben das weiß es als werbung sehen aber wenn denen zum beispiel erinnert nicht gefällt zum beispiel ist eine schlechte videospiel rezension ist dann können die jederzeit sagt du hast aber ohne unsere erlaubnis urheberrechtlich geschütztes material verwendet das darfst du eigentlich gar nicht und wir verbieten dir das jetzt vielleicht sogar noch mit entsprechenden strafzahlungen hinterher ist auch wirklich schon vorgekommen dass es 12 studios gab die wegen schlechter rezensionen genau da dann halt ja die juristen losgelassen haben also bitte sichert euch vorher immer ab und verwendet erlaubtes material also material das entweder schon abgelaufen ist vom urheberrecht schutz das sind etwa 70 jahre in der regel kann sich von land zu land unterscheiden oder dass er hat eben die erlaubnis bekommen das kurze zusammenfassung und wir haben noch fragen offen das team und ich stehen euch bei der seminar jederzeit gern zur verfügung und ansonsten mein namens christian ihr seid bei der seminar und wir hören uns bald wieder bis dann ciao